Oh du Flauschi auf dem Bus, ich hab kaum Ach Flauschi war auf AK Achso, da kannst du nicht durch, wenn du äh Flauschi? Hier durch den Nebel kannst du nur durch, wenn... Okay Wir sind einfach weiter Ignorier mir hier, versteh ich, versteh ich So Frech Ich dachte ich bin Daniel Hey Daniel, ich bin Kanadier Ich bin Kanadier Oh Das hab ich nicht gehört Pst Ne? Hab ich nicht gehört Doch Verdammt Hi Trax Ich dachte ich bin Daniel, jetzt ist Zahn Daniel Was? Hat er doch gerade gesagt, Zahn hat doch gesagt, er ist jetzt Daniel Hi, zack zah Zack zah Zack zah Der AFK? Ja Ich glaube ja Sagst das glaube ich AFK Du hast ihn, du hast ihn angefurzt Da freue ich mich grad, dass ich jemanden gesehen habe Und dann läuft Dragon von der Leiche weg Oh Gott, nein Oh Gott, nein Doch, da unten merkt mir da ich will Wo denn? Wo denn? Ähm Unterhalb von der Gruppe der Anbetung Unterhalb von der Gruppe der Anbetung Ich war's Ich weiß nicht was, aber ich war's Du warst es nicht, du warst AFK die ganze Zeit war Achso Lager Im Lager so, okay ich weiß ungefähr wo sie meint Meint ihr das war schon schnell gelockiert Der war nicht doch Oh, das könnte tatsächlich sein Dodo K Das wär ganz schön schnell gewesen Der muss ja zu viele Tasks machen vorher Drei oder vier Drei oder vier Was sagt ein Dragon dazu? Schnelle Runde Dass er daneben wird Ja, Dragon hat gesagt Ich gehe stark davon aus, dass der ihn Kanadier erwischt hat Nee Das ist seine Lüge Nee, bei so vielen Leuten ist das eher unwahrscheinlich Ich weiß wer der Kanadier ist und nein Hast du ihn nicht erwischt Ich weiß auch wer der Kanadier ist Ich weiß auch wer der Kanadier ist Da rechne doch mal für die Wahrscheinlichkeit aus Wir haben ja viel Also wir haben viele gute Eigentlich weiß ich gar nicht So was, Nora Ja, ich war's Die Aussage Du, du, Nora war Benjen Und Dodo winnt Das war ein schöner Gewinn für der Dragon Bitteschön Weiter geht's Die Hälfte Die Hälfte Ja Gute Schätzte Okay, dann könnte es sogar richtig gewesen sein Was gesagt wurde Ich hab doch Nix vor Weißt du, ich hätte dich ja nicht zu fissen Wenn du nicht einfach von der Leiche wegläubst Ohne mit mir zu reden Also Mango, das geht so gar nicht Was hast du denn am Xander getan? Ich hab dich sogar mit uns schon allein gelassen Ich glaub wir haben Morphlinge Ich hab nie Ich hab Nicht mal Franzi gesehen Was? Wo warst du denn? Äh, Vorbereitungszimmer links auf der Map Nein, das ist gelogen Ich hab dich gestalkt Du warst da nicht Kann ich auch zustimmen Da war er nicht Was? Hast du? Ich hab dich nicht gehört Ich bin zu Guck mal Ihr wart hier im Trainingsgelände Ich bin zu dir und gesagt Ja Der meinte ich stopp dich jetzt Und du bist nämlich nach oben gelaufen Richtung Vorkammer Du warst nicht links Oh, weil er Das ist wohl nicht Ich erst mal weiter Ihr macht das schon Aber wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit Dass er ein Dueling Doody sein könnte? Dankeschön Dragan war jetzt kein Dueling Doody Ja, stimmt Wie hoch ist jetzt die Chance Dass er es sein könnte? Ich mein, die Runde ging ja jetzt auch schnell Ja, aber wie hoch ist die Chance Ich hab jetzt nur alle Tasks geschockt Ich hab jetzt nur alle Tasks geschockt Ich habe immer noch nicht meine Tasks Mango Mango Hast gewonnen Nee, ich hab jetzt inzwischen Zwei oder drei Also Mango ist wesentlich ein Besserer Killer Weil du weißt keine Fische beim Angeln an Die Hase angeln Alter Wieso heute Kickfreude? Kann das sein? Der Doody kann heute aber richtig einfach gewinnen Ich wurde verarscht Ich hab gar nichts gemacht Dich Und? Dann hat er gewonnen jetzt Wenn er uns verarscht hat Ja, vielleicht 7,1 Vielleicht ist auch der Dueling Doody einfach vorher gestorben Und vielleicht auch nicht Den muss er ja nicht töten Der muss nur tot sein Ja, natürlich Winning Condition Oh So Einen schönen guten Tag Ich bin Ich bin Direkt am Anfang hatte ich ein Fein auf dich Und dann Aber ich konnte dich nicht Von Morat töten Das wäre zu Hm Nicht biss Piggy Nicht Aus Bitte denk nicht dran Ich bin lieb und nett Nein Hilfe Hilfe Kannst du mir helfen Marino Beschützt mich Beschützt mich Okay, ich bin Daniels Bodyguard jetzt Ich bin ein Bodyguard Abstand halten Abstand halten Abstand halten Abstand halten Abstand halten Ist gefährlich Eine gefährliche Sache Sagt er, läuft jemand mir hinterher. Läuft. Okay, dann gehen wir hier lang. Wo wollen wir hingehen? Wo willst du Taschen? Ach, hier ist ein Taschen von mir. Das ist mir richtig hart. Hast du auch Taschen? Und jetzt kommt der Plus, ich mach einfach den Mango. Oder weiß ich, wer das noch gemacht hat. Bitte nicht. Hier gibt es zu. Eigentlich. Haben wir das überhaupt? Was? Wir haben einen Serienkiller. Gut. Ihr habt es nämlich schon mal gehabt. Dass mein Leibwächter tot war. Und Mango hat dann so gesagt, ja komm, ich bin dein Leibwächter. Aha, du bist doch kein richtiger Leibwächter, oder? Nee. Was gibt es eigentlich hier in diesem Raum, Fleisch, für Taschen? Hier war ich noch nie. Ich glaube... Hier oben gibt es die Taschen. Dann gibt es hier noch die Stein-Taschen. Das ist mein Taschen, glaube ich. Nee, hier habe ich keine. Ich kann es auch einfach auf der Karte nachgucken, ne? Jetzt habe ich es nicht. Ja. Ich habe eine Leiche gefunden. Und zwar in der Vorkammer rechts, ja, dem Eingang zum Gang. Und Bambus kam, glaube ich, schon Rad von Brunnen. Miss Piggy ist erst vor kurzem gestorben. Miss Piggy war gerade bei uns oben, beim Drohnen sein. Das ist nach rechts gerade laufend Richtung Brunnen. Richtung Brunnen. Amarillo war ja bei mir. Ich bin gerade im Trainingsgeländen angekommen. Also, das sind schöne viele Informationen. Maxi war vorher noch in der Grabkammer. Ja, es sind sehr viele Informationen. Ich bin mein Death-Vater. Ja, kann ich bestätigen. Sie stand dort mit Sun oder mit Sun ein Stück runtergelaufen. Ja, sie hat mich Dragon genannt. Aber Dragon war nicht da. Und dann hat sie getötet. Amarillo? Ich glaube, die Person, von der ich am meisten Angst habe, ist jetzt tot. Ich glaube, du brauchst keinen Bodyguard mehr für mich spielen. Okay, gut. Ich hab das eine Kunde, aber das kann ich nicht spielen. Rechnung kommt nachher. Fuck. Ich schick ein Bild von meinem Fuß. So, du willst mir Münzen sammeln. Hä, was? Okay, das ist ein Schicksal. Ich schick die scheiße Münzen nicht. So, gucken wir mal. Zeit, son. Hallo. Geht's dir gut? Warst du böse? Ich verrat's auch nicht. Ich hab gerade auf Flauschi aufgepasst. Achso. Ich hab kaum. Ach, Flauschi war auf AK. Achso, da kannst du nicht durch, wenn du... Flauschi... Hier durch den Nebel kannst du nur durch, wenn... Okay. Wir sind einfach weiter. Ignorieren wir hier. Verstehe ich, verstehe ich. Ich mag dann jetzt nicht. Ja, weniger. Ach, unten muss ich hin. Oh. Ich stehe. Unten muss ich jetzt. Da hab ich dir dank gebraucht. Hi, Vale. Dunkelheit, hier sind zumindest mal zwei. Warte. Warte. Okay. Schön. Also, ich kann neben euch nicht sterben. Mir ist es egal, was jetzt passiert. Ihm ist es egal. Ach, du. Drex sagt, er ist reich. Er ist ein reicher Österreicher. Er ist Flauschi jetzt nochmal. Ja. Der Flauschi ist die Schwester von Dragon. Ah. Oh nein. Sand. Ja. Ja. Ja, aber Aleph, ich hoffe... Dragon, ich hab aufgepasst. Dragon hat aufgepasst. Sie ist zu jung. Zu jung für mal, war Aleph. Ich hab irgendwie das Gefühl, passiert irgendwas. Ich hab irgendwie das Gefühl, passiert irgendwas. Sagen, Junge, was zur Hölle? Ich geh mal lieber... Ich geh, glaub ich, hier lieber weg. Hat es, wenn ich Leute zu jung nenne? Ist sie wirklich zehn? Oder warum sagt sie das? Also, nennen sie uns die jetzt älte, oder? Okay. Danke. Hi. Ich bin lieb. Hi, Flauschi. Warum ist hier alles? Wieso sehe ich mal keinen? Okay. Okay, das ist jetzt sowas von fies. Wär zum Teufel. Okay. Ich bin Astral. Hab meinen Geist losgeschickt. Xan war neben mir im Dunkeln. Mein Geist kommt zurück und er ist tot neben mir. Ich hab grad das Licht angemacht, dann wurde dieses gerufen, das Meeting und dann hab ich noch gesehen, wie die Leiche an der Grabkammer liegt. Ja, das klingt zumindest mal nicht nach einem Dodo-Move, ne? So ein Konkurrenz wieder. Mango hat die Seele von dem anders genommen. Mango! Lippie, äh, Taube ist. Bitte? Was? Die gerade so, bleib mal stehen, Dragon kommt her und geht wieder. Ja, ich wollt was gucken. War komisch, das stimmt. Ja, ich wollt was gucken, okay. Das klingt gut, dass Sancho sagt, ich war ja auch grad dort in der Nähe, wie er sich das tragt hat. Dragon bleibt mal stehen kurz und fast geht die da. Das... Also als Taube, ich bin besser als Taube, das ist offensichtlich. Ich werde nicht so... Ich hab ne sehr schöne Rolle, die ich so jetzt auch nicht spielen kann. Also was haben wir eigentlich für ein paar Teufel, ne? Mango, wo war denn das? Ich wette, Rilo ist was böse. Ich hab' nicht verstanden. Ich hab' seit Anfang eingekonnt, der ich ganz bin. Wo war das, Mango? Ganz. Rilo ist was ganz Liebes. Ja, aber ganz... Rilo ist ein Engelchen. Also das klingt für mich zumindest eher als Lodo. Ein ganzes Engelchen. Also... So klingt es zumal... Ne, ist es nicht. Ruch. Ich sag's ja auch. Ich sag über die Men... Ja, ich weiß nicht. Esche. Guten Appetit. Sehr häufig... Die richtige... Achso. Oh oh. Ich hab' den Task und holen. Task und holen? Nee. Oh. Bitte nicht. Bitte nicht, Mango. Danke. Pizza. Hi. du eins bist du noch da kommst du mit dunkelheit okay okay es vertreckt die taube Nein, ich mach meine Tasks, ich will den Task Win holen. Los Leute, macht eure Tasks, die sind fast fertig. Hast ne Idee? Wait, wieso hab ich Mango allein gelassen im Dunkeln? Also Mango liegt in der Schatzkammer. Aber ich hab den, als es dunkel war, hab ich den reden gehört. Dragon, mit wem haben wir den Mango allein gelassen? Ich kann dir was sagen, und zwar, ich und Mango waren gerade eben an der Schatzkammer. Und dann hat Mango noch so gefragt, war Noraschka nicht gerade im Nebel? Und dann bin ich hochgegangen und wohnen sei. Das ist aber so lange her, das ist kurz nachdem es geworden ist. Da bin ich an euch vorbeigelaufen, da hab ich euch zusammen gesehen. Ach, Schatzkammer ist auf der linken Seite. Achso. Also, ich bin an euch vorbeigelaufen, hab euch da stehen lassen. Ich weiß nicht, ob du ihn dann da gekillt hast, aber... Nee, wir haben uns dann getrennt. Ich bin hochgegangen im Thronseil, wo er hin ist, weiß ich nicht. Aber warum solltet ihr euch trennen, wenn's dunkel ist? Warte, warte, es könnte immer noch ein Dodo-Move sein, ne? Ja. Okay. Äh, weißt du nicht, der ist schon lange tot. Äh, das denken wir oft. Äh, das gehen wir so vor. Es ist schwierig. Wir müssen unsere Tasks machen. Dann sind wir fertig. Ja, einfach die Tasks machen und einfach die Tasks durchdrücken. Hast du jetzt gewonnen? Wollt ihr mich verarschen? Der hat kein einzigen... Äh, nur mein Wort. Wollt ihr mich jetzt hops nehmen oder was? Wir haben wahrscheinlich... Wir haben wahrscheinlich noch einen Falkengrind. Töte den! Wir haben wahrscheinlich noch einen Falkengrind. Oh, Töte den! Wenn Bambus Hike ist, dann... Das ist schwierig. Macht Task. Okay. Ich hab irgendwie ein dumpfes Gefühl dabei. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas, mit irgendwas komme ich hier jetzt nicht ganz so klar, wie ich eigentlich gerne würde. Ach komm schon. Bambus liegt hier bei mir, hier oben. Im Thronsaal. Gern geschehen. Bambus ein Kanadier. Also Teddy ist es nicht. Teddy hat gerade rum gemeckert, dass das Licht aus ist. Ja. Bambus ein Kanadier. Mhm. Das weiß ich. Irgendjemand hat gelogen. Nur Roschka hat gelogen auf jeden Fall. Ich hab gehofft. Na. Dass sie da dann... Nee, nee, stopp, stopp. Wer macht den Dodo jetzt? Der Daniel macht den Dodo. So redet der normal nicht. Da wurde gerade in den Raum gehofft, dass es Daniel ist. Und Daniel redet so. Ja, okay. Gut, dann war ich's halt. Ja, gut. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Wie gesagt. Da war die Tars. Wir müssen irgendwie nur noch drei Tars machen gefühlt. Oder geschätzt. Ja, ich... Also normalerweise... Ich muss Tars voll. Daniel, du redest mehr normalerweise. Wenn du irgendwas hast, normal... Du bist ja Geschichtenerzähler. Jetzt gerade kommt so wenig. Also... Es war einmal vor langer... Langer Weile. Weiß nicht. Wenn meine Vermutung stimmt und Bambus kein Falke war... Dann haben wir immer noch Falke. Wie kommst du denn da? Bist du vielleicht der Falke? Ey, ich hätt's ja besser machen können, ich weiß. Nee. Aber trotzdem. Wer hat denn noch viel Skips? Da waren zwei Skips. Waren zwei Skips? Nein. Ne, es waren fünf Skips. Was? Bitte nicht. Ah. Hm. Ich hab ne Idee. Wer war's? Ich wollt... Amarillo. Amarillo. Hi, Valip. Hi, Spexy. Hi, Daniel. Hi, ich. Hi, Du. Hi, wer ist jetzt noch bei mir? Ich. Nur ich. Und Amarillo. Moin. Wen hast du gehört? Warte, ich muss mich mal kurz ganz normal hier an die Etage stellen. So, fertig. Ich wollte das mal richtig. Ich muss es so faken, Amarillo. Gucke. Dann funktioniert das auch. Dann glauben sie es dir auch. Ich hab dich bei Leia nicht verstanden. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob ich gerade die Bombe von Walip gekriegt habe, aber ich habe aus vor sich hier reingestorben. Sorry. Warum solltest du reinstecken wollen? Ich habe es doch gesagt, der ist doch eh weg. Da bringt die Pelikan wenig. Können wir mal ganz kurz mit Mr. Bambus reden lassen? Seid ihr mich? Ja. Ja. Da musst du ihn lauter machen. Übern Zahl kannst du ihn lauter machen. Facts. Sag du mal was? Was hat den schon nochmal schlau? Was ist... ...tricksalist. Tricksalist. 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 Ich habe nur noch viel gesehen. Ja. Wen? Wie war der einzige den ich gesehen habe? Nee stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Als wir im Dunkeln... Als wir im Dunkeln waren, kam uns jemand entgegen und eben gerade alles bevor er das Gedingsten... Also ich kann... Ja das habe ich gesehen. Da ist jemand durch den Kegel gelaufen. Ich bin klein. Also für mich ist wirklich nur einer in der Nähe dieser Lupe. In Pfingstern kann man sein, dass man anders auch hat. Verstehe ich schon. Aber wir sind oben rechts. Wir waren rechts in dem Flur, da wo man die Sachen zerstören muss. Vorkammer. Du bist bei mir vorbeigelaufen. Das hat ja auch schon eine Weile, oder? Äh, Piggy, ich höre Bambus nicht. Hier? Hä, also ich habe Bambus. Ich auch Bambus. Wieder da? Ja, Bambus auch. Alles gut, ich höre Bambus. Wissen wir, wo Mango liegen könnte? Gab es noch einen von uns rum? Ich gucke mich schon. Du meinst verfechtig, der arme Tracks. Eins, zwei, zwei. Alles gut, alles gut. Er hat sie killed. Ja, muss es sein. Die Killer beantworten immer ihre Kollegen. Oh. So. Das heißt, Sun ist explodiert, oder? Sun ist, glaube ich, explodiert gerade. Ja, oben links, glaube ich, oder? Hier ist oben links. Zumindest so. Hmm. Hä? Hä? Sind hier noch zwei oder so? Dann hab ich grad... Hä? Dann hab ich grad wirklich... ...panzi die Bombe eben und in dem Moment Walip geklickt. Du hast Walip geklickt. Achso, du hast die Bombe? Ja, okay. Agibt Sinn. Ich werde... äh... Hi. Oh. Moin, ich habe grade eine Leiche gefunden in der Vorkammer. Also bei dem Einsortieren, äh, recht nah in der Ecke. Mhm. Puh, ich bin Sinn vom Binko. Ich weiß nur, dass Teddy o... ...dass sie im Trainingsgelände sind. Zan und Amarillo sind zum Thronsaal gelaufen. Ich bin dann wieder zurückgegangen. Das lässt mir gerade noch entgegen. Och Gott. Und bin dann... Aha. Bitte. Okay. Wer ist jetzt gepartiert? Ich hör's nicht raus. Ja, aber Lippikus war ja grad auch bei mir. Marillo... Lippikus... ...und Franzi waren bei mir. Lippikus, Franzi... Bedeutet aber, dass es... Wenn... Wenn Lippi recht hatte, dass es nur Franzi sein kann. Was? Weil ich die letzte Runde mit Nora links war. Und Nora ist tot. Ja, aber Franzi war ja zum Schluss bei uns. Wieso ich? Ich bin doch niemanden... Also du wolltest... Wenn... Wenn Lippikus auch sei, stimmt. Nein, aber die waren... Ich hatte... Du warst auf Trex. Hast du mich angesteckt hier mit deiner Stimme? Ne, ich war nicht. Ich hab mich gar nicht gesehen. In der ersten Runde... Also wir wissen auf jeden Fall, dass Tracks und äh... Zann nicht äh... Ich weiß auf jeden Fall, dass Zann und Tracks nicht Party sein können. Killer. Miss Piggy, du bist mir grad angekommen. Hör auf mich zu beleidigen. Ja, ich kann halt auch nicht Party sein, weil ich bin... Ey, du bist so gut im Kombinieren hier. Das ist gefressen hier. Ich war mit Nora links, als geparty't wurde. Sehr cool. Sehr unfreundlich, wie auch immer mich wohnen. Bedeutet das entweder Lippikus oder Franzi? Ich hab's... Da ist doch... Wie kommt's auf das? Gucken wir mal. Hm. Tracks und Zann waren zusammen unterwegs. Hm. Aha. Tracks und Zann waren gerade zusammen unterwegs, wenn... Einer von beiden plötzlich einfach nur tot ist. Ja, könnte sein, dass der andere dann einfach der Pelikan sein könnte, ne? Ja, das ist ja klar. Killer lebt immer noch. Ja, lass mich doch. Ich... Ich hab auch nichts Böses getan. Aber warum bist du nicht tot? Warum sollte ich? Geh mir nicht hinterher, Dragon. Entschuldigung, ich... Ich muss... Danke. Hahaha. Ich hab grad Franzi oben rechts im Gang gefunden. Also wenn über der Vorkammer raus geht rechts. Amarillo? Hm... Dragon? Ja. Wisst ihr, was ich noch gesagt habe? Ja. Gut. Halbverwesend. Äh... Ich weiß, dass Drex gerade noch mit Franzi geredet hat. Ja, okay. Keine Ahnung. Ja, okay. Da war Lippi wirklich Party. Ja, ja. Dann war hier alles richtig. Dann ist auch meine Formation richtig gewesen. Äh, Teddy, ich hatte was sagen. Ich bin mir nämlich sicher, dass ich gerade noch an Drex und Franzi vorbeigegangen bin. Wir haben keine Party. Okay, gut, ja. Nee, Drex ist auch mit Sanaleinet weggelaufen. Das hab ich Dragon und Amarillo gesagt. Irgendjemand wurde auch noch überrollt. Oh. Ja. Das liegt oben, hab ich auch gerade gefunden. Das ist Maxi wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Zaxa überrollt. Nee, nee. Zaxa hab ich nicht gesehen. Zaxa wurde mit Drex, hab ich die gesehen. Hab ich die doch gesagt? Wenn ein von beiden tot ist. Du hast Xan mit Drex gesehen. Achso, Zaxa. Stimmt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wollen wir vielleicht... Nee, nee, Xan ist oben überrollt worden. Nee, nee, nee. Alter, da ist Xan überrollt worden. Könnte das ein Dodomove sein? Nee, oder? Ja, klar. Wie hoch wahrscheinlich könnte es sein, dass ein Dodomove ist? Ach, egal. Riskieren müssen wir es mal. Nee. Kann eigentlich nicht sein. Was kannst du denn dann noch... Ja, da... Der Pelikan-Skip. Der Pelikan-Skip. Der Pelikan-Skip. Der Pelikan kann doch voten, oder? Ja, hab ich als ganz viel überliebt. Das kann ja immer noch was anderes da sein. Hier ist doch Falke. Oh, der 9,2. Sehr gut. Oh, der Track schmeckt sehr gut. Ich hätte gerade echt Pech... Hallo, Daniel, dass du immer noch lebst. Darf ich das nicht, oder was? Fisch mich mal, ich werde das Daniel immer noch lebt. Das geht eigentlich gar nicht so. Klingt nach einem Dodomove. Klingt gerade echt nach nem Dodo-Move von dir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dodo ist sowieso. Du hatte gerade eben einen Vote. Der Pelikan hat jetzt gefertigt vor ihr gevotet. Alle anderen warnen sich eigentlich, dass das Tracks war. Okay. Ja. Wenn der Tatner noch lebt, bitte Miss Piggy. Ja, ich kann trotzdem als Dodo wen outcallen und trotzdem mich voten. Das ist meines Apparat. Ich bin verwurrt. Ich auch. Ja, ich glaube Miss Piggy ist Dodo, so einfach ist das. Ich vot wieder Daniel. Nee, ich habe gerade keine Stimmung gekriegt. Wieder Daniel. Das kann ja nicht sein. So anders hätten wir nur noch einen Imposter drin. Er kann ja auch nur höchstens so einen glauben. Dodo? Gibt es noch... Was haben wir noch? Pelikan haben wir da? Ich hab Daniel gewotet. Wir haben auch keine weiteren neutrale Rolle. Piggy ist Dodo. Ich bin Gantz. Und einer... Hi Gantz, ich bin Daddy. Du? Daddy. Ich will nur deine daraus haben. Nein. Ich bin lieb und nett. Wir müssen an sich Atemzit haben. Sprengmeister ist... Draußen. Wir haben keine weitere Stimme gehabt. Ne? Bitte geh weg. Du nimmst ja immer noch. Lass mich. Jetzt stirbt er endlich. Warte jetzt bis du stirbst. Ich guck dir... Nein, nein, nein. Lass das bitte. Ich mag das nicht. Nein, nein. Ich mag das nicht. Lass das mal sein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab Zeit. Nein, nein, nein. Ich warte bis du stirbst. Nein, nein, nein. Dann lass dich nicht liegen. Weil du ist das secret. Dragan kannst du töten, Miss Piggy, bitte? Schade. Kann ich mal Daniel töten, bitte? Ich geh jetzt einfach mal und telefoniere. Ich geh jetzt einfach mal und telefoniere. Also, ich find's nicht gut, dass Miss Piggy mir die ganze Zeit hinterher rennt. Ich trau dir trotzdem nicht. Und ich mag das nicht. Lass das einfach. Ich trau dir in keiner Art und Weise. Ich trau dir in keiner Art und Weise. Dann sag ich das. Wenn er jetzt dumm ist, dann können wir ihn doch nicht killen. Ja, trotzdem. Ja. Ich wollte ja auch nur, dass du stirbst. Mesen. Mediok. Er hat es ja selbst auch gesagt, er kann nicht killen. Wenn du ihm hinterher läufst. Keiner wird jemanden killen, wo Anhängse ist. Das ist genau das, was passieren wird. Es wird dich keiner killen. Dich keiner killen. Die anderen werden auch nicht. Der traut sich und dann töte er den Weg. Oder du bist wirklich böse. Dann wird er sich der Hinterherrenner. Ja, dann hätte ich dich sofort getötet. Das wäre ja scheißegal gewesen. Anfangs hätte ja keiner gewusst, dass du hinter mir herläufst. Hätte ich einfach killen können, weiterlaufen können. Ich würde ein paar Leute hingegen kommen. Ne? Ich habe halt ein Verdacht und zwar, dass es der letzte der dritten Reihe ist. Einfach weil nichts passiert. Gehen wir aber davon aus wie die letzten? Von welcher Reihe? Ja, dritte Reihe ist Teddy. Teddy ist an... Horizontal. Das ist gar nichts gemacht. Das wäre Franzi. Horizontal wäre Franzi. Du meinst vertikal. Kann nix. Ich mach meine Tasme unter. Ne, die Sache ist, es ist nichts passiert. Ich wäre ja auch dumm, solange mir das Pig hinterherläuft zu töten. Es ist wirklich so. Ja, deswegen töte Daniel ja nicht, weil ich mir den Herlauf mache doch... Ne, ne, selbst für den... Es passiert halt nichts. Selbst für den Bösen ist es. Weil ich hatte kein Leiche gefunden. Der Kanadier wurde vom Pelikan gepresst. Okay. So schnell. Oh, jetzt dachte ich gerade, die Bombe wäre nur hochgegangen. Ähm, also ich kann sagen, dass ich, ähm, tot sein kann, aber es passiert halt nichts, ne? Du hast gerade bei mir rausgehakt, was kannst du denn da aufgabend machen? Dann hätten wir vielleicht mal Katzen nehmen? Dann freien wir auch gerade. Ich halte jetzt einfach alle Hostage, ich bin der Einstiegler mit Meeting Green Dragon. Wir halten die Hostage. Wenn einfach Daniel wohnt, dann ist die Runde vorbei. Nee, ich kenne dich, Miss Piggy. Du bist Dodo und du willst einfach nur die ganze Zeit rumalbern. Jetzt habe ich fertig gegessen, ich könnte euch helfen mit meiner Rolle, aber ihr macht ja nichts. Du hast fertig gegessen? Achso, du hast... Ich habe gerade gedacht, wir haben noch keine, die fressen kann, wir haben keinen Geier drin. Der Pelikan ist doch schon raus. Piggy ist Dodo. Daniel würde ich nicht sagen, dass er sein eigener Maid rausfährt, obwohl Trax war Pelikan. Trax war Pelikan. Trax war Pelikan, Piggy ist Dodo. Daniel könnte Killer sein, aber ich bin trotzdem immer noch eher bei Dranky. Mir ist das so insig, ich warte einfach bis noch ein, zwei Kills ab sind und dann kann man es besser woten. Ich wot weiter. Piggy erfuhlte ich einfach nicht. Ja sicher. Wenn jemand Daniel tötet, laufe ich weiter, ist okay. Du kannst... Teddy kann mir gefallen und kält Piggy töten, wenn du töten kannst. Kann ich töten. Du kannst nicht töten. Nein, ich habe dir meine Rolle gesagt. Achso. Du kannst doch niemanden. Ich habe mich noch ein, zwei Kinos. Ich komme aus dem Kino, drei Kinos. Du kannst nicht töten, drei Kinos, drei Kinos, drei Kinos. Ja sicher, seine Kinos linearly. Oh nein. Und jetzt wäre mein Kinos. Ich stelle mir mal zu dir Terine. Ja, ganz gut. Ich will nur Licht haben. Also Amarillo habe ich gerade hier oben gefunden. Ich war gerade bei Teddy unten in der Grabkammer, glaube ich ist das. Daneben, bei der Fackel. Dann ging das Licht an und ich sehe Amarillo hier oben schön rumliegen beim Thronsaal. Ich schwöre es dir, ich war das nicht. Ich kam von unten. Ja, bei Teddy dir glaube ich sogar witzigerweise, weil ich kam von rechts und du standest die ganze Zeit am Licht. Würdest du ein Killer sein? Glaube ich nicht, dass du da gestanden hättest. Ich habe vergessen, meinen Discord auf Laios Bloch zu stellen. Ich wollte nach rechts lang. Wer war rechts lang? Achso. Ich wollte rechts lang. Achso. Wir hören waren zu. Gar wer böse ist? Er hat es easy, weil ich einfach nicht mit den guten wurde. Ich bin Taube. Ich bin Taube. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Zu spät. Was? Was ist da passiert? Du warst zufrieden. Was ist da passiert? Gott. Hier weg von mir. Ich will nur anrotzen. Du bist böse. Ich bin nicht böse. Ich kann nur niesen. Das ist böse. Task bin. Ah, doch nicht. Ich dachte ich wäre aufgefahren.